Hey Schnombi, was machst du denn hier? Wo bist du denn? Berlin? Nein, Berlin. Berlin? Kutam! Kutam? Ja. Wo sind die Kühe? Hier sind doch gar keine Kühe. Danke. Ach, das ist grün, Schatz. Das ist grün, Mann. Folgt uns durch Berlin. Yeah. Sightseeing mit Marcel und Mina. So ein bisschen grün. Hier am Kuhfüsten. Warum ist grün, wenn die Autos fahren? Was soll das hier? Was ist los mit euch Berlinern? Was kommt noch klar mit euch, oder was? I know, Mann. Geh mit dir. Ja. Bist du scharf? Bin ich scharf? Weiß ich nicht. Ja. Mega krass. Mein Plan ist wieder voll scheiße. Ja, die hier, die erste Sehenswürdigkeit, voll geil. Schlumbina, mein Mäuschen, macht sich wieder Sorgen. Weil Marcel, sein Chaosplan wieder nicht funktioniert. Jetzt sitzt sie da wie ein Stein und ist gesteinigt und gefestigt. Versteinigt. Äh, versteinert. Versteinert. Ich bin gesteinigt. Genießt hier einen Tee in Berlin. Du musst vielleicht nachher ganz alleine wieder nach Hause fahren, weil ich ein Scheißfotograf bin. Nein, Mann. Jetzt, Baby, jetzt sag was lieb ist, weil wir haben ja einen Plan. Wir können hier nicht einfach aufbrechen. Das ist ein voll wichtiger Shoot, der die Zukunft entscheidet, wie es weitergeht, ob Marcel irgendwann mal der Muffucker auf die Gier wird und für Topmodels fotografieren darf. Oder dann krasser Rapper und so, wenn er heute aufbricht und einfach abgeht. Sagt Kaiser dann zu ihm, fuck, fick dich, Alter, du brauchst nie wieder herkommen. Ich schaue. Und du scherfst? Was soll ich denn erzählen? Erzähl doch. Ich darf noch bestimmt alleine reinfahren. Ich habe einen Planung, der sehr, sehr schön ist. Und... Ist das immer so? Sind meine Pläne immer so schön und scheiße und... Echt? Ja, das war genau wie bei den letzten Stunden. Ich muss noch rausgehen zu können. Und so... Total toll. Wir sitzen jetzt in Berlin und trinken Kaffee und Tee. Ich habe gesehen von Berlin aus dem Hauptbahnhof. Weißt du, der Funko war gestern? Du hast den Hauptbahnhof geil gestern Abend, wenn du nicht bis angekommen hast. Du hast einfach so eine Kippe bekommen. Und du kannst noch Reggae hören. Und... Ja. Cool. Hast du ein paar krasse Ghettos gesehen? Mitten in der Nacht? Ja. Also kannst du dir ruhig sagen. Es ist kein Problem. Hier in Berlin kann man abends ruhig rumlaufen. Es passiert nichts. Es ist alles chill. Niemand sprengt sich in die Luft. Da war ich mich total ruhig. Da ist so ein übelst dem Menschen was. Auf die Feuern gehen, aber... Da war man so eine falsche Art auf der City. Da muss man gleich in Kreuzperbeln essen. In Kreuzperbeln ist der Weg. Das ist... Ja. Das ist der Weg. Und das Haus hoch. Es sind aber hier so voll viele Beile dran. Also... Alle zwei Minuten sind die Dorschen vorbei. Oder... ...Ferrari. Das ist schon krass. Schöne Autos, ne? Schatz. Ja. Ja. Gib mir mal alles weg. Ja, du. Fest mit dem Heim. Aber leider hat er ja fast alles zu. Weil es war Sonntag. Und... Da müssen wir auch nichts kaufen. Ja. 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 Okay. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.